Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal, Shadra Rezept aus dem Maghreb. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe es geht euch soweit gut. Heute machen wir Araish zusammen. Das ist ein traditionelles Gebäck, das sehr gerne zu Festlichkeiten gemacht wird. Wie zum Beispiel zu Verlobungen, Hochzeiten oder auch zum Beispiel fürs Zuckerfest. Vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sie schon als schwer einstufen. Aber da wir bereits seit einem Jahr zusammen kochen, können wir das Niveau jetzt auch einmal anziehen. Denn unsere Shadra Ausbildung ist noch lange nicht zu Ende. Ihr könnt aber auch gerne in meiner Playlist zu Ramadan schauen, welches Eidgebäck wir letztes Jahr zusammen gebacken haben. Alle genauen Mengagaben zum Rezept Araish findet ihr natürlich unten in der Infobox. Und bevor es losgeht, abonniert doch gerne noch meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr benötigt für den Teig, damit wir 30 Stück rausbekommen, 500 Gramm Mehl, 250 Gramm geschmolzene Butter, ca. 80 bis 100 Milliliter Öl, 80 bis 100 Milliliter Massahal, also Orangenblütenwasser, 2 Esslöffel Puderzucker, 5 Gramm Backpulver, eine Prise Salz und 2 Teelöffel Vanillearoma. Zuallererst geben wir alle trockenen Zutaten in eine große Schüssel und vermengen alles gut miteinander. Anschließend geben wir unsere geschmolzene Butter mit hinzu und verarbeiten diese gründlich mit der Mehlmischung. Nun geben wir 80 Milliliter von unserem Orangenblütenwasser sowie 80 Milliliter von unserem Öl mit in den Teig und verkneten alles zu einem schmiegsamen Teig. Wenn wir merken, dass der Teig noch zu trocken ist und sich nicht zu einem glatten Teig verarbeiten lässt, dann geben wir noch die restlichen 20 Milliliter Öl sowie die restlichen 20 Milliliter Orangenblütenwasser mit hinzu. So sollte unser Teig aussehen, wenn er fertig ist. Er sollte weich sein und schmiegsam und nicht reißen, wenn man ihn formt. Den Teig legen wir nun in Frischhaltefolie und lassen ihn eine Stunde ruhen. In der Zwischenzeit können wir schon mal unsere Füllung vorbereiten. Dazu benötigen wir 200 Gramm gemahlene Mandeln, 180 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Butter, 1 Teelöffel Vanillearoma und ca. 3 Esslöffel Masshaar. Auch hier geben wir wieder alle trockenen Zutaten in eine Schüssel und vermengen diese gut miteinander. Dann geben wir noch den Teelöffel Butter mit hinzu. Zu guter Letzt geben wir nun noch unsere 3 Esslöffel Orangenblütenwasser mit hinzu. Geht da vorsichtig vor und gebt erstmal 1-2 Esslöffel mit hinzu und verarbeitet diese. Die Konsistenz unserer Füllung sollte der einer Marzipanrohmasse ähneln. Wenn ihr zu schnell und zu viel Masshaar hinzugibt, dann könnt ihr eure Füllung überwässern und dann müsstet ihr zusätzlich wieder mehr gemahlene Mandeln mit hinzugeben, um eure Füllung wieder zu festigen. Daher die Flüssigkeit lieber schluckweise mit hinzugeben und immer wieder gut verkneten. Hier seht ihr, wie die Füllung aussehen soll. Nachdem nun unser Teig eine Stunde geruht hat, werden wir nun 30 Kugeln daraus formen, die jeweils 30 Gramm enthalten. Denn schließlich wollen wir später, dass alle unsere Arayisch gleich groß sind. Damit uns unsere Kugeln nicht austrocknen, bedecken wir diese wieder mit Frischhaltefolie. Jetzt nehmen wir eine Kugel auf die Arbeitsfläche und rollen die nochmal sorgfältig rund. Dann drücken wir unsere Kugel handtellergroß auseinander. Jetzt nehmen wir unsere Mandelfüllung. Diese sollte jeweils 12 bis maximal 15 Gramm enthalten. Die Mandelkugel teilen wir in zwei gleich große Teile und formen daraus den Buchstaben T. Diesen setzen wir in die Mitte von unserem Teigkreis. Jetzt nehmen wir unsere Teigränder und verschließen somit das Tee. Wichtig ist, dass wir die Ränder gut miteinander zusammendrücken, dass diese nicht wieder aufgehen. Jetzt drehen wir unser Tee um, denn wir wollen die verschlossene Seite nach unten haben und die schönere nach oben. Nun formen wir das Tee, dass die Längen gleichmäßig dick und lang sind. Damit wir den schönen Schwung der R-Reihe hinbekommen, nehmen wir nun unseren Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger und umfassen somit den Teig. Dann nehmen wir die Längen und biegen diese um unsere Finger herum. Jetzt haben wir unser Grundgerüst und können jetzt die Längen der R-Reihe noch schöner hinbiegen. Normalerweise würde ich euch sagen, dass es nicht schlimm ist, wenn der Kuchen manchmal kum und schief aussieht, denn wichtig ist es, dass ihr mit Liebe arbeitet und dass es am Ende eurer Familie und Freunde schmeckt. Bei der R-Reihe allerdings müsst ihr etwas sorgfältiger arbeiten, denn später verzeiht diese keine Fehler. Beachtet auch, dass die Längen alle in eine Richtung gehen. Sobald wir die Arrei schön geformt haben, können wir diese bereits auf ein Backblech legen. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal zusammen. Wir nehmen uns einen Kugelteig und rollen diese erstmal sorgfaltig rund. Dann drücken wir diese Handteller groß aus. Unsere Mandelkugel teilen wir in zwei gleich große Kugeln und formen daraus ein Tee, das wir in die Mitte setzen. Nun heben wir wieder die Ränder an und verschließen somit unsere Teefüllung. Achtet darauf, dass die Füllung wirklich gut verschlossen ist. Dann drehen wir unser Tee wieder um, damit die verschlossene Seite nach unten schaut. Und nun formen wir unsere drei Längen wieder gleich lang. Wir nehmen wieder unseren Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger als Hilfe, damit wir wieder die Längen in dieselbe Richtung schwungvoll biegen können. Vielleicht hilft es ja, dass ihr euch vorstellt, dass ihr einen Seestern formt. Nun wird die Form noch etwas korrigiert und gerichtet und der Teig noch etwas geglättet. Ich zeige euch das Ganze nochmal in Großaufnahme, damit ihr es richtig sehen könnt. Untertitelung des ZDF, Die Araish kommen nun im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad für ca. 18-20 Minuten in den Backofen. So sehen sie aus, wenn sie fertig sind. Die Araish gehen beim Backen natürlich noch etwas auf und sie sollten auf keinen Fall braun werden, sondern noch sehr hell sein. Und bevor wir weitermachen, müssen die Araish komplett abgekühlt sein. Jetzt bereiten wir unsere Zuckerglasur vor. Dazu benötigt ihr 140 Milliliter Milch, 130 Milliliter Orangenblütenwasser, 130 Milliliter Öl, der Saft einer halben Zitrone und ca. 1400 Gramm Puderzucker. Das entspricht ungefähr 6 Packungen bei jeweils 250 Gramm. Außerdem benötigen wir natürlich noch Dekorationsmaterial für unsere Araish. Hier zeige ich euch, was ich so genommen habe. Einmal essbare Schmetterlinge, Glitzerpuder, wunderschöne Esspapierblüten sowie Lebensmittelfarbe und Dekorationsperlen. Für unsere Zuckergussglasur geben wir zuerst alle flüssigen Zutaten in eine Schüssel und rühren diese kurz um. Jetzt geben wir etappenweise unser Puderzucker mit hinzu und rühren immer wieder sorgfältig um. Das machen wir so lange, bis wir einen dickflüssigen, cremigen Zuckerguss erhalten. Wir können auch schon den Saft unserer halben Zitrone mit hinzugeben. Am Ende, wenn die cremige Zuckerglasur entstanden ist, geben wir noch die 2 Teelöffel Öl mit hinzu. Das Öl verleiht dem Zuckerguss seinen Glanz. Soweit ist unsere Zuckerglasur fertig. Ich nehme mir 1-2 Esslöffel Zuckerglasur zur Seite, da ich diese später als Klebstoff verwende. Nun können wir unsere Zuckerglasur einfärben, damit wir später bunte Araish erhalten. Ich habe den Zuckerguss in zwei Schüsseln verteilt, da ich zwei verschiedene Farben haben wollte. Einmal rosa und einmal lila. Ihr könnt die Araish entweder in Pastellfarben schmücken oder aber auch in kräftigen knalligen Pink. Ich habe mich heute für Pastellfarben entschieden. Jetzt bereiten wir unsere Arbeitsfläche vor. Dazu nehmt ihr euch ein Backblech und ein Grillgitter oder ein Kuchengitter. Irgendwas, worauf die Araish später abtropfen können. Dazu nehmen wir noch unsere abgekühlten Araish sowie unsere Zuckerglasur. Nun können wir die Araish einfärben. Ihr könnt nun entweder eine Araish nehmen und diese direkt in die Zuckerglasur tauchen. Da habt ihr aber das Risiko, dass sie euch entweder kaputt gehen oder aber nicht die komplette Zuckerglasur aufnehmen. Oder ihr macht es so wie ich und nehmt einen Löffel dazu und umhüllt die Araish komplett mit Zuckerguss. Bei diesem Vorgang müsst ihr sehr sorgfältig vorgehen und darauf achten, dass die Araish komplett mit Zuckerguss überzogen ist. Auch solltet ihr darauf achten, dass in der Glasur keine Luftbläschen sind, denn diese seht ihr später auf der Araish. Sollte dies der Fall sein, dann lasst eure Zuckerguss ganz kurz stehen oder schüttelt ihn etwas, damit die Luftblasen platzen. Die überschüssige Glasur streichen wir mit unseren Fingern ab. Dann legen wir die Araish auf unser Gitter zum Abtropfen. Ihr könnt die Araish nun im halbfeuchten Zustand dekorieren mit Perlen, Blüten, Schmetterling, je nachdem was euch gefällt. Da die Araish sehr weiblich sind, hatte ich sehr viel Lust daran, diese mit Blumen und Perlen zu verzieren. Ihr könnt die Araish auch mit Lebensmittelstifte verzieren mit Hennermalereien, mit Schnirkel und Punkten. Das könnt ihr auch machen, allerdings müssen da die Araish komplett ausgetrocknet sein. Ich habe die Araish komplett austrocknen lassen, da ich keine Zeit hatte diese am selben Tag fertig zu stellen. Als nächsten Schritt schneiden wir unten am Boden den überschüssigen Zuckerglasur ab. Das ist kein Muss, das ist optional, sieht aber im Endeffekt schöner aus. Bei der Verzierung der Araish können wir unsere Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe euch gezeigt, dass ich wunderschöne essbare Blüten gekauft habe. Diese werde ich mit Zuckerperlen bestücken und mit meinem auf die Seite gestellten Zuckerguss als Klebstoff verzieren. Das Ganze runde ich mit etwas Glitzerpuder ab. Jetzt möchte ich euch noch darauf hinweisen, wenn ihr mit der Zuckerglasur arbeitet. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ihr Araish keine Fehler akzeptiert. Hier seht ihr nur ein Beispiel, wie das aussehen kann, wenn ihr die Glasur nicht vollständig um die Araish umhüllt. Dies können wir letztendlich jetzt nicht mehr korrigieren, da die Glasur ausgehärtet ist. Beim zweiten Beispiel habe ich versucht, die Araish zu korrigieren, indem ich eine zweite Schicht Zuckerglasur darüber gegossen habe. Auch dies hat nicht funktioniert, da sie nicht den kompletten Araish bedeckt haben. Ich zeige euch das bewusst, weil einem das sonst nicht erklärt wird. Und schließlich möchte ich, dass ihr schöne Ergebnisse erzielt. So sehen unsere fertigen Araish in den verschiedenen Dekorationsvarianten aus. Ich hoffe sehr, mein Video zur Zubereitung der traditionellen Araish hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne ein Like und wenn ihr keine meiner Rezepte mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute!